Was ist denn hier? Hallo? Hallo. Wieso? Was ist das letzte Mal, dass wir spielen? Was hat dich getan? Das ist... Was hat dich getan? Was hat dich getan? Was hat dich getan? Was hat dich getan? Ja! Ja! Ernst? Das ist doch nicht beschwert! Lass mal. Ich guck mal, was hier noch so ist. Was? Ich guck doch mal da hoch. Wie ist... Ich glaub, das ist fake. Soll ich dir jetzt eine andere Frage senden? Soll ich dir jetzt eine andere Frage senden? Hab ich. Sorry, das ist nicht gelöscht. Ich sehe hier nicht gelöscht. Wie soll denn da hochlaufen? Das ist so ein Blut? Die Frage ist, ob das... Was? Mal guck, das wäre doch unlogisch, wenn ich die Tür machen müsste. Und von hier sind wir ja gekommen. Hä? Was ist los? Hä? Was ist los? Was? Aaaaaaah. Sooo! Der nicht bemerkt hat. Ich hab nur die Tür zugemacht, und ich war noch gedockt. Das Hex an, fass auf! Ihr sucht! Ihr sucht der Hex an! Fass auf! Nee! Nein, nein, nein! Ich weiß, wo man weitergeht. Ey, Yusuf! Yusuf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir kommen auf diese Kylo. Ja, von da, und da muss man da lehnen. Ja. Lass mich da, hier geht's nicht weiter. Das sieht noch so aus. Fake. Ja, warte, Yusuf! Ich bin nicht so schlimm. Hey, Yusuf, ich kann da nicht drauf springen, hey! Okay, wer geht hier hoch? Okay, wer geht hier hoch? Okay, okay, da muss man irgendein Job bekommen. Egal, mach, ich mach das hier. Das ist auch nicht so leicht. Wo ist die Öffnung? Ich glaub, ich möchte kommen. Yolo! Die Öffnung, Leute, hab ich gar nicht gehört. Ich hab das heute auch nicht hier. Ja, ich hab mich auch nicht. Du hast noch mal gesehen, wie fett ist es. Weil die Skins sind so fett, äh. Die Skins sind gar nichts. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Geht da weiter? Ne, das ist der falsche Weg. Nein, wir, Yusuf, du möchtest. Ich geh gut. Nein, wir brauchen noch andere Öffnung. Hier geht es weiter. Aber guck, wie soll man das zu Fuß schaffen? Guck, du wirst da nicht fallen. Das geht gar nicht. Hab ich doch gesagt. Oh, was ist das? Was ist das? Na kurz. Kommst du? Ich versuch aber auch, ich versuch da hinzukommen. Aber ich weiß nicht, was da drin ist. Ah, als ob ich den Chat mit nicht geholt hast. Doch, aber ich hab mich schon geholfen. Ja, das ist so. 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 Gut geschafft. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, das ist so. Warum machst du den Parkour? Ich hab schon... Da war Eis. Nein, da waren Eisfallen. Die brauchen wir. Die Eisfallen brauchen wir für diesen Parkour. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ey, Junge, was schnitt... Ich... Ich... Ich bin nicht mal gesprungen und dann sagst du dich nicht an. Nein. Nein. Der hat das zuerst gesagt... Du ehrst. Waaah! Ich schaue... Wiii! Haha. Aber du kommst... ... ... ... Wie schnell war es? ... ... ... ... ... ... Nein! Ich bin zu spass, ich bin zu spass. Was ist denn alles euch so geil? Weil wir auch auf der Zeit dann reinstecken. Aber wir können hier noch nicht schrafen. Nein! Oh, 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 nein. Das geht. Nein! Nein, bitte ich nicht! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Oh nein, wir sind doch... Du kannst doch kein Däum! Komm, geh jetzt erst mal! Komm, geh jetzt erst mal! Komm, geh, geh, geh! Geh! Ja! Ja, ist so! Ja, ist so! Ja, ist so! Los! Nein! Weißt du, was so dick bei der Sache war? Das ist einer von uns zuerst der Gegend! Geht's! Hm! Los! Geh nach unten! Das ist doch... Ui! Ah! Geh, los! Geh durch die Tür! Äh... Hallo! Was du zu tun? Also Yusuf... Du machst nicht das ist! Ich brauche Hilfe! Entschuldige dich! Entschuldige dich! Er hat nur reizt. Jusuf, freck dich nicht! Was ist die? Nein! Oh, was ist das? Hä? Hm. Was war, war Eider? Ich bin ein Kerl, das war. Ich hab da so die Eisfallen gesetzt, weil wir können eben... Das ist unmöglich, Alter. Wuh! Komm schon mit dir zu, oder? Ich hab's schon geschafft, ne? Du hast doch nicht mehr weiter als du. Ganz einfach. So bin ich... Genau! Oh nein, ich hab's nicht! Ich hab mein Boot zugehe! Hand! Es ist hart! Es ist... Komm! Mach das! Los! Das hast du mal wieder... Das hast du mal wieder... Ich weiß! Aber wenn wir das schaffen, sind wir weiter als ich! Ich weiß! Aber wenn wir das schaffen, sind wir weiter als ich! Oh mein Gott! Ja! Ja! Junge, man muss... Man braucht nicht mal so richtig starken Anlauf! Ja! Ja, jetzt spring! Ja! Ja! Ja, ich hab' den Gehirn... Ich bin... Ich bin! Ja! Und jetzt spring! Ja! 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 Ach so lol Ah lol Oh mein goooood Du musst doch Ja Mit Anlauf Nein Ich seh dich Nein Also du musst irgendwie so nützlich sein Mit Anlauf Aber von ganz vorne Oder nicht von ganz vorne Nicht von ganz vorne Hab ich doch gesagt In der Mitte musst du springen Von dem Mit Anlauf Mit Anlauf Mit Anlauf Mit Anlauf Junge als ob du jetzt einfach auf Ich will 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 Auch aufgibt es bringt es einfach aufgeben aber dadurch wirst es ja hundertprozentig nicht schocken von dieser lücke kann man auch entstehen und jasuf wie läuft du musst mal an dich selbst glauben kann sich nur sagen ja ich kann es jetzt nicht so fährt er besuchte noch es ist jetzt die kontrolle ist angelegt Okay. Ich hoffe, ich habe noch einen Füch. Ich versuche es noch so ein paar Mal, dann spiele ich Tobish Mad City, ich weiß es nicht. Ich habe den Netflix auf meinem Tablet. Ich habe doch gesagt, ich habe den Netflix. Okay. Soll ich rechts oder links sein? Links, ich bin bei links, ich brauche der längsten Holzplatte gerade. Ich muss mich kurz ein bisschen aufwärmen. Ich mag den hier. Warte, siehst du welche ich mache? Ich warte, ich denke den. Ich mag den. Nein, das ist voll eine Schwerungsschäbung. Am meisten mag ich... Am meisten mag ich... Am meisten mag ich... ...Blogeydown. Und Bogeydown mag ich am meisten, weil der ist voll selten. Okay, also ich bin jetzt ganz links an der Holzplatte und in 3, 2, 1. Ah, also soll ich nicht ganz vorne sein, also in der Mitte? Also und dann ohne zu springen. Ich würde den Mond spielen. Habe ich... Okay, bisschen weiter hinten. Ich versuch's einfach die ganze Zeit. Ich versuch's die ganze Zeit. Ich will diesen Parkour schaffen. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Und was ist hier bei dieser Linksplatte? Ach... Löst die Falle! Ja, löst die Falle! ja ja ok ich muss mich spielen gerade den schwersten Parcours Du hast ja noch nie gespielt. Guter Mystery, wie immer der schlaue Mystery List. Warte auf die schlaue Mystery List. Du weißt doch, wo lang man geht, wenn du das bei YouTube guckst. Oh mein Gott, ich habe es gefunden. Komm mal zu mir, Miss Louis. Miss Louis, komm zu mir, ich habe es gefunden. Ich wollte mich, aber ich dachte, ich... Komm schnell zu mir. Hey, ich komme da nicht ruhig, ich rutsche die ganze Zeit ab. Ich habe schon mal so ein YouTube-Video geguckt bis dahin, dann habe ich es ausgemacht. Ähm, ich habe es sehr vergessen. Ich habe es vergessen, aber dann habe ich mich mal überall umgeguckt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hörst du mich? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man hier lang hier machen muss. Warte, bleib da oben, bleib da oben. Vielleicht ist das auch ein falscher Weg. Das ist ein Weg nach draußen. Warte, der Weg ist, glaube ich mal richtig. Ich. Ich. Gibt es hier unten keinen Weg? Wir müssen überall... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schock' hinter den Büchern. Ach, ja, 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 ja. Habe ich vergessen. Ah. Aaaaah. Ey, das ist super. Soll ich mich? Ah, Misty, ich war da eben. Genau hier war ich eben. Aber dann bin ich gestorben wegen Falschschaden. Wir haben gleich Waffen. Ah, ich verstehe. Äh, ich fühle mich auf. Einfach nur so weit. Ich auch. Wir müssen gleich bekommen, die Waffen, um die Waffen auszuschalten. Ja. Danke. Hä? Was ist denn Parkour? Noch 18 Liter. Aber die sind voll weit gekommen, oder? Ja, ich bin so viel. Ich habe überlebt. Ich wollte auf diese Platte springen, ich bin runtergefallen, aber ich bin nicht gestorben. Okay, hier ist der falsche Weg. Wie viele Wachen er einfach geplaced hat. Tschüss. 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 Baby. Ginsburgoloritenопik 17 verbessert Kreativ Demonstration hier. Tschüss. Soll ich sagen, wie, wenn man an der Stelle aufhört. Und wenn man nochmal da spielt, dass man nicht wieder von neu anfangen muss. Genau, so soll das. Aassociation 2. Gee. Da geht es wieder nach oben, aber nächstes Mal muss ich schneller. Da irgendwo geht es ein bisschen runter. Nein! Das war so knapp! Was ist das denn? Ich hab's geschafft! Was? Wo geht's? Wo lang geht's? Hier weiter. Hier lang geht's nicht. Der hat ja ne Menge gebraucht. Nein! 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 Nein, da waren wir eben schon. Oh Mann, wie tun bin ich! Ist das denn? 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 Ja, bei mir ist das eine Wache. Ich glaub ich weiß, wie es weiter geht. Bleibt kurz mal da! Also hier lang kann man gehen, aber ich weiß nicht ob es richtig ist. Dann, dann können wir nicht gehen, weil sonst sterben wir! Du musst ausdrücken, damit du kein Falsch haben bekommst! Schocka, ist es richtig? Falsch? Ist das denn? Ist das denn? Mein Gott! Nein! Wieso gibt es hier keinen Checkpoint? Wieso gibt es hier drinnen keinen Checkpoint? Oh! Ich muss auf Seite! Yes! Ich guck kurz! Ich geh mal hier kurz! Da ist denn so darauf schonplietet! Gle Wrestle! Bis zum nächsten Mal. Schau ich nicht, ich bin so, 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 so. Ich brauche den umher. Aber ich nicht, weil ich hab ja Plenien gewusst. Weil ich dann was aufbauen. Oh, komm, wir sollen noch eine Schmutz. Kiri, schau mir erst mal einen Koff. Schau mal, wie soll man das schaffst du denn? Hier kommt mein Kaugummi vor. Mein Mikrofon ist abgefallen. Habt ihr eine kleine Haare? Hä? Diese Stille, diese Stille ist am schwersten. Sollen wir dies machen? Hey, diese Stille ist am schwersten. Nein, es liegt an seinem Frühling. Ich brauche ihn vor. Müssen wir, es wird Frühling. Ich hoffe, wir müssen... Nein! Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, wir müssten nur den Chippoint holen. Oh! Mystery! Komm mal! Ich hab's glaube ich gefunden! Hier sind Fenster! Ja! Da rein ist das! Ich glaube, wo ich kann mal gehen! Aber ich glaube, das kann man schaffen! Oh mein Gott, ich hab den Weg! Ich hab ihn! Ah nein, doch nicht! Ich hab den Weg! Ich hab ihn noch nicht! Ich hab ihn noch nicht! Was ist mein Verdabel? Dicka, fass los! Ich versuche auch dahin zu kommen, okay? Hey, aber sollen wir versuchen, wir versuchen, Nein, Gott. Ja, ich bin unten. Wer lade dich die ganze Zeit ein? Ja. Ja, das nervt. Wie sollen wir das jetzt machen? Ja. Ja, ich bin unten. Ich bin unten. Ja, ich bin unten. Ja, ich bin unten. Nein, nein, nein! Doch, da war ne Tür, da war ne Tür! Da war ne Tür! Ey, aber du musst aufpassen, damit Falle dich nicht stirbt! Warte, ich will kurz gucken, was bei der Tür ist! Ey, Mann! Warte, Mann! Dann wird sich nicht mehr einschalten. Das ist ein Problem, aber dann ist es ein Problem! Und dann ist es ein Problem, weil sollte das ein Problem haben. Und dann ist es nicht die Map. Die Map ist ein Hacker! Was? Ja? Nein? Ja, nein. Ich darf mit den spielen, wie ich will. Ja, wenn ich kann nicht so, wie ich. Bei mir ist eine Tür. Aber die ist falsch. Das ist der Weg, wo die ganzen Türen waren. Das ist dieser Weg. Wo ist die Türen? Und, versuchst du diese immer noch oder gehen wir jetzt diese? Ich habe noch nicht zu Hause. Ich bin gebe ich. Ich habe die Lasse, die Türen und das ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nicht daran, das ist falsch, wo diese ganzen Fallen sind. Lass mich durch, dann misst du mich. Oh, und du hast schon Bock nehmen. Ja? Ja. 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 Komm, geh. Ich losch rein. Ich wollte hier rum. Hier wirst du mehr gestart. Fast 느낌, also hopf 1. Boah. Ja, du wirst in Frage. Das ist ein falscher Weg. Das ist ein Checkpoint, aber ich weiß nicht, wie ich es dir nicht verliebt habe. Ich habe ihn nicht verliebt. 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 Es war eine вамre zu sehen. Ich habe ihn nicht verliebt. Was ist das? Hallo? Was ist das denn? Hallo? Hallo? Was ist das? Hallo? Nein, Mystery! Ja! Braaaah! Jetzt ist es so, so ist es so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Ja! 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 Ich bin ein ... Ich bin ein, 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 nicht so weiter. Nein. Ähm ... Ja, ich bin ein. Ja. Guck dir noch so weiter geht nach. Du könntest aber nicht schlafen gehen. Hm? Wo bin ich hier jetzt? Ja, aber du warst aber schon genau. Ey, wenn du es schaffst, zu mir zu kommen, dann ist Checkpoint. Guck mal. Das auf uns. Aber lass mir das... Das ist so gross. Ich glaube dieser Weg, wir müssen... Das glaube ich ewig nicht. Ich weiß nicht. Dann bin ich super gross. Ja, das darfst du damit spielen. Nur wenn du folgst nicht, aber das ist so gross. Ich glaube, dass du noch nicht spielst. Aber nur bevor du nicht ausfüllst, jetzt lass mich noch mit nicht ausfüllen. Hallo. Hallo. Oh, meine Ohren. Wippen. Ich warte auf dich. Was willst du? Ja, wie hab ich dir den Kaugummis gegeben? Ja, äh, dann riecht mich. Ich hab dir doch... Waff dir den Kaugummis gegeben. Weil sonst schlägt die wieder aus. Hm? Guck mal. Guck mal, das ist doch schlimm, ne? Und dann... dieser Modus, wo du first mit spielst, ist doch schlimm, ne? Aber das Schlimmste ist, ne? Du kriegst vom Busfahrer zwei Punkte liegen. Du musst erst mal drei Kills machen. Du musst drei Kills machen, damit du den Bus runter kannst. Und dann musst du vier Kills machen, damit du vier Ton kannst. Wenn ich eins kippe, dann haben wir beide nur zwei. Wenn du ein Kills haben, dann ist das ein Kills noch. Ein Kills haben wir nur. Ein Kills haben wir nur. Und dann, wenn du nur noch ein Kills, dann hat er ein Kills. Wir haben drei Minuskumpel. Ah, ja. Das weißt du nicht. Komm, wirst du was. Hallo! Hä? Du schreib doch nicht mehr. Hast du mich nicht? Ich kann nicht. Wenn du mich hörst, dann mach Buggendaumen. Misty, warte. Ich ignoriere dich nicht. Manchmal, wenn ich rede, kann ich nicht reden. Nein. Äh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob. Ich habe das immer gemacht. Vielen Dank für's Zuschauen! Alles länger! Ich bin environmentally bess k gang. Guck mal, mein Name. Es ist ja spät, aber nicht sehr. Und wieviel kommst du? Spät, spät. Also dürfen wir noch. Lampini, du bist immer vor mir drin. Ich bin immer ganz glücklich. Hey, wieso verlässt du die ganze Zeit Demos? Discord. Ich komme gleich zu dir. Wie ich auch das machen soll. Ich hätte nur wieder gewiss. Du bist noch nicht freund. Ich hab das nicht mehr gemacht. 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 Ich hab bis du 23 pro Show geschlossen. Nein! Ich habe die Zeilen, die man weiterkommt. Wie geht das? Ich gehe nur eines von neben. Ja, will ich... Ah ja, jetzt kann ich dir's zeigen. Ich, ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit versucht, dir's zu zeigen, aber ich bin die ganze Zeit wieder gestorben. Weil ich wollte runter. Er soll mir diese... Wenn jetzt diese drei Minuten Ende sind... Seht doch mal! Was löscht du jetzt? Seht doch mal! Der hat nur 6... Was? Ja, der hat nur 6... Aber der hat ja noch 100 Tapete... Er will jetzt zwei Minuten... Ein Spiel kommt auf Glück, Schmachkurt zu bereiten, mit ganzem Schatzblick. Das war ich. Das war ich. Ja, das war gut. Ja, ich kann wiederkommen. Sollen wir, wenn diese zwei Minuten Ende sind, Mad City spielen? Wenn wir, wenn die zwei Minuten Ende sind? Oder wenn es eine... Oder wenn es eine Stunde 50... Sollen wir dann noch Mad City? So... Also... Ich fall runter. Nein, du musst... Ja, du musst da rüberspringen. Ich wollte noch Nein sagen. Also du musst jetzt... Von hier wo... Am Anfang... Musst du da an die Holz springen. Und dann vom Holz zum Stein. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber... Was? Was? Böner! Hä? Böner legt das immer! Dann habe ich mir jeder passiert, aber ich war das nicht so nicht damit. Ich hab das nicht abgeben. Wenn? Okay. Sonst war es... Sonst war es... Sonst war es... Sonst war... Ich wollte da hin und zu sein, aber dann könnte ich automatisch runter. Und die. Und die. In der. In der Schule. Und bei der Haaremaske, wenn. Und jetzt sind wir auch nicht gelungen worden. Was? Wo? Oh mein Gott. Oh nein! Bin dieses Teil Schatten schafft nicht! Ich versuche mal alleine, wie es weitergehen kann. Und wie man das schafft für dich. Okay, ich komme. Ich komme. Ich komme nach unten. Ich... Hey, ich weiß nicht. Hey, wir schaffen... Hey, wir haben das geschafft. so 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 irgendwie hab ich jetzt Bock auf Mad oh, was ist losgefallen? ich hab jetzt Bock auf Mad City ich hab meinen Controller ich will mein Geld weitermachen weil ich will verdicken weil gestern, wo wir das Shit weggenommen haben hast du doch gesagt, kauf dieses Flugzeug und ich will das Flugzeug kaufen okay wir müssen wieder auf die Seite aber wenn ich das jetzt wenn ich vermassele, mach nicht nach okay, wenn ja, dann mach so wenn ich jetzt sterbe, dann mach nicht nach wenn ja, dann mach so weil dann, wenn ich erst schaffe, dann darfst du nachmachen ey, der Busch von der Seite wenn doch okay okay wann hier kann der Hexen ... 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 . 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 Wai, du musst dich doch nicht hier. Nein, du bist doch nicht da. Hi. Ja. Hallo. Na, ich hab dich nicht... Hä? Ich hab dich nicht gehört. Benka, du bist doch. Ich hab dich gar nicht mal gehört. Weil du mein Papa bist. Ich hab dich nicht aufgesehen. Ein Juni. Ich hab dich nicht. Guck deine Kaugummis auf! Und kein Zück für dich! Ich bin so nah am Sieg! Bin ich der Einzige, der mit dir spielen will? Du musst du! Okay, wie du folgst! Guck mal! 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 Doch, ich steig! Wenn du steigst! Wenn du steigst darfst du nicht! Du darfst nicht mal hin, okay? Nein, auch nicht flüstern! Nein, auch nicht flüstern! Hallo, Scheiße! Hallo, Scheiße! Hallo, Scheiße! Ich will mal raus! Ich will mal raus! Ich will mal raus! Hände dann lassen! Damit ich nicht rausnehmen muss, Und jetzt tue ich das hier hin! Du hast du fast am Ende... Doch! Jetzt auf! Scheiße! Nein, auch nicht flüstern! Du hast du vermeiden, Dann kann ich... Du hast du Zeit verschwenderen! Wollt! So? Alles klar! Alles klar! Aber das ist gut! Wollt! Wollt! Oh, stop! Stop! Basta! Das war's für heute. Oh! 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 Komm mal, du bist! Nein, da war eine Waffe drin! Da war eine Waffe drin! Da war eine Waffe drin! Ja, da war eine Waffe drin! Ja, da war eine Waffe drin! Ja, da war eine Waffe drin! Okay. irmkin re 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 Da kommen die Hüter wie keine Wäscher mehr. Aber da sind die Hüter. Okay. Okay. Hey, das ist ein Störball. Hallo. Hast du das Lied? Ja. Was? Wir müssen bekommen diesen Weg. Okay. Was? Ich habe mir was gesagt. Okay. 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 Ich wollte dir helfen, aber wenn ich jetzt bekommen bin, hätten die Hüter. Die hätten die mich auch angegriffen. Ich warte auf dich. Und? Wo war es? Natürlich, wir haben es geschafft. Hey, bevor die Wäscher wieder kommen. Hey, bevor die Wäscher wieder kommen. Die sporen gar nicht. Was? Da ist ein Zerstörer. Wir müssen, ich geh jetzt rein. Was? Oder wie kann der da hin? Was? Ich und Müsse. Wir können hacken, deswegen können wir da durch. Müsse. 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 Ich geh Roblox, okay? Ja, Misty, das Roblox. Können wir bieten? Ja, Misty. Hey, was denn? Können wir bitte Roblox spielen, bitte? Ebron weiß, was du sagen willst, sei leise. Ja. Misty, wie bleibst du aber im Discord? Ja. 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 Man gut, ich bin versteckt. Misty- sphere- irgendwelche. Wenn ich Roblox spiele, playps- zum Discord. Ah. Also wenn ich jetzt Roblox gehe, bleibt es für mich das Wort? Ja oder nein? Vielleicht? Ich komme nicht an den hier an den Kopf zurück. Ich komme nicht an den Kopf zurück. Ich habe einen Schiff auf die Fläche mit den Fläche von der Fläche von der Fläche gehört. Ich habe die Fläche von Fläche von Fläche geflogen. Wir sind in Fläche von Fläche. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Hilfe! Puh! Da müssen wir... Ich will jetzt mit dir Jetpack holen. Ich will mit dir Jetpack holen. Ich will mit dir Jetpack holen. Ich will Mad City. Nein. Ich möchte Mad City. Ich möchte... Ich möchte ihn rutschen. Ich will mit dir... Ich will mit dir... Ich will mit dir... Ich will mit dir... Okay... Ich will mit dir... 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 Nein... Das ist... Vulkaninsel... Und warum... Weil das seine... Vulkaninsel ist... Nein... Die sind schon... Und warum die mit? Das ist... Ich will da wirklich... Ja... Ja... Ja, wie ist dein welches Kristallname und Ibrahim hat? Das rote. Komm, können wir jetzt weiter den spielen? Auch zu... Nein, 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 nur wir beide. Nein, ich will nur mit dir. Misty, wie können wir bitte Ding spielen? Raubzug ohne Misten, ich meinte ohne Ibrahim. Guck mal, ich bin besser als euch, ich kann euch helfen, aber nicht. Ohne Ibrahim. Digga, ich kann euch helfen. Guck mal, ich hab's nur rot, ich kann euch eigentlich helfen, aber... Warum müssen wir nicht spielen? Spielen wir Raubzug, aber ohne Ibrahim? Hey, spielst du mit mir oder nicht? Nein, ich hab mich vertan. Ich wollte... Ich wollte deinen Namen nicht sagen. Nur Tisch und Kuh spielen. Okay, bitte. Bist du mir? Bist du mir? Ja. Bist du mir? Ja. Ja. Bist du dir? Bist du? Bist du? Ja. Bist du dir? Hey, wieso? Spielst du alleine? Musik Spielst du alleine? Hallo 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 Mein Dammel macht mir diese Software Mystery Hä? Ich will aber mit dir spielen Ich will mit dir spielen Du bist der einzige, der mit mir spielen will Ich lade jeden ein, aber niemand kommt rein Ich lade jeden von meinem Freund ein Was willst du? Niemand kommt rein Was machst du mit dir? Na du kommst rein, aber ich will nicht mit dir spielen Komm nur bitte spielen Nein, ich will mit dir spielen Ein Lass Ich laske die Ich laske die Ich laske mich rocken Es geht 100ting zur Schiff Das ist so gut. Das war's, das war's, das war's. Okay, wir spielen jetzt und wir müssen auf Schwitzer spielen, okay? Damit wir gewinnen. Oh nein, ich kann jetzt entscheiden. Wohin müssen wir? Du darfst entscheiden. Überleg, wo wir hingehen. Oh, okay. Okay, was? Stumm, diesen Maid. Der nervt. Maid! Oh mein Gott, hier ist direkt ein Save. Ey, bei mir sieht alles so laggy aus. Wenn ich jetzt lande, würde ich hoch springen. Oh nein, doch nicht. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich weiß nicht, ich hab mich auch immer hier im Kopf nicht. Den ersten hab ich. Verlass mich bitte, bitte, bitte! Nein! 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 Sollen wir nicht mehr zu die Welt spielen? 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 Was? Ich geh heute die Welt, du? Wie gehst du heute die Welt? Heil so tschüss? Sollen wir nicht mehr zu die Welt spielen? Sollen wir nicht mehr zu die Welt spielen? Sollen wir nicht mehr zu die Welt spielen? Okay, jetzt hab ich meine Karte. Ob ich nicht noch nicht bin? Sollen wir nicht mehr zu die Welt spielen? Nein! Ich bin stolz. Ich bin stolz. Sollen wir nicht mehr zu die Welt spielen? Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Komm rein! Bitte Sturm teste deinen Grenzen. Ich bin stolz. 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 wehren die stammen von mir warum sagst du sowas wer will mich davon abhalten ihr seid zu langsam um mich zu fangen da hast du wohl recht wir trainieren los geht kommandant unser team geschmeidig er ist im hagen gleich sein späte späte spät so spät so spät so spät so spät und eine leise ist es gut bei spät ich bin ich habe gerade eben eigentlich auch noch mehr zahlen damit sie immer alles ein was ich von dir und tschüss tschüss Ich heiße dich. Ich heiße dich. Kommandant, bin ich innerlich tot? Alle verlieben sich. Alle. Außer mir. Mit meinem Herzen war mal alles in Ordnung. Aber jetzt spüre ich nichts. Nicht mal ein leichtes Schmachten ist drin. Schon seit sechs Monaten habe ich kein Barista angehimmelt. Liegt es an mir? Bin ich kaputt? Weißt du was? Vielleicht muss ich erst noch in Liebestimmung kommen. Ich hab's. Ein paar Liebeskomödien könnten meinem Herzen Starthilfe geben. Dann fangen wir mal mit der Suche an. Schön ist beleidig. Ein rebellischer Teenager beteilt das Fenster seiner Liebsten, um ihr seine Gefühle zu beweisen. Das ist so umgekehrt. Ich liebe es, wenn Typen über seltsame Pläne und total wichtige Indie-Rock-Songs mit mir kommunizieren wollen. Ah, naja. Wenn ich schon einsam bin, kann ich das genauso gut mit Verbitterung kombinieren. Aber du wirst auch nicht mit mir kommen. Du wirst einfach nicht mit mir kommen. Ich bin nicht mit mir, wenn ich auf die Suche geschehen würde. Ich bin nicht immer gut mit mir. Ich bin nicht mit mir einfach nicht mit mir mehr verlieben. Ich bin nicht mit mir so cool. Ich bin nicht mit mir, wie man das auch gut mit mir schaut. gekommen ist, der lässt sich die Welt jetzt zu spüren. Du hast gesagt, komm, das lässt sich die Welt jetzt zu spüren. Da dachte ich mir, ja, ja, okay. Aber beschwerst du dich. Zuerst du lässt sich die Welt und auf einmal beschwerst du dich. Vor den Rennen hat es etwas Zeit, dir die Rute genauer anzusehen. Nutze diese Zeit, um dir den Weg freizuräumen. Oder erhöhe deine Geschwindigkeit, in denen du Fallen platzierst. Ich fühle mich einfach so ausgenommen. Wenn dir das gefallen ist, absolviere so viele Runden wie möglich. Je mehr Runden du schaffst, desto besser fallen deine Belohnungen aus. Und los! Jawohl. Ja. Aus dem Weg! Ey, unfähl dort ist Büchdorf! Ey, unfähl dort ist Büchdorf! Ey, die Bär! Ey, was will ich dafür, wenn du jetzt stehen bleibst? Das ist unfähl. Was soll ich nur bauen? Granate! Das war umständlich. Ist gewinnend! Ich bin ja eh noch. Ich bin ja eh noch hinten. Nee, ehrlich. Aber trotzdem, bist du schneller als ich. Ich komme! Ey, ruhig ruhig, du bist mit deinem Kackdorf gesprungen. Ich bin ja eh noch hinten. Ich glaube, du bist mit deinem Kackdorf. Ey, ich habe auch schon dringend. Hey! Hilfe! Nein, ich habe mich zugekommen! Hey! Hey! Ich bin ja... Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Tschüss! Losers! Losers! Das war doch nicht. Nö! Das hat auch nicht auf mich gewagt. Beste Gedeiinnnnn! Du hast mich gerettet. Danke. Ey Yusuf, du hast doch gesprungen. Ich seh's genau. Ey Yusuf, du hast doch gesprungen! Die erste! Erste Runde geschafft! Weiter so! Runde 2! Du Überflieger! Gar nicht! Warte nur! Jura, du hast doch gesprungen! 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 Ich kann mich nicht kontrollieren! Jura, du hast doch gesprungen! Ich bin ich auch nicht! Jura... Jura... Ja... Komm da, warte auf dich, okay? Bei jedem Dings warte ich auf dich, okay? Also, wenn ich bei den Doppelpreisen bin, warte ich auf dich. Wenn ich bei den Lärten bin, warte ich auf dich. Ich muss jetzt auf dich kommen. Ich muss jetzt auf die Doppelpreisen kommen. Ja, genau. Genau, du fachst, dass du treppst, was du einfach treppst. Tschüss, fachst du jetzt. Bis bald. Heckmann, du kannst... Schau mal, meine Lärten, dass du kurz reichst, auf einmal macht das Doppelpreisen. Du musst gehen! Heckmann! Hey! Ja, ich hab dich doch... Ja! Nein! Nein! Nein, Junge, ich fachst mit Haar! Wie unfair! Was? Hey! Wieso mach ich denn das nicht? Unfair! Unfair! Jetzt musst du stehen bleiben. Vielleicht ist es mal kurz stehen. Bitte! 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 Ich mach mal mit meinem Tag. Okay, jetzt komm! Jetzt! Machen wir jetzt! Ja! 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 Und... Scheiße! Ich schaff das nicht! Ich schaff das nicht! Bist du weit weg! Wieso? Nein! Ich kann mir noch mal ein bisschen nett sein! Nein! Oh, da! Nein! Nein! Für mich ist es... Ich bin kurz weg! Okay! Okay! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hast du ein Clown gefrühstückt? Hallo! Ich liebe Indigo! Wirst du? Ja. Zu helfen. Jetzt sollen wir die Map noch mal spielen. Mich erwischt keiner! Jetzt sollen wir die Map noch mal spielen. Das war meine selbstverständlich. Ist ja so. Ich will die Map noch mal. Ich bin ja nicht los. Ich bin ja der Shoah aus. Ja, wie ich es weiß, was er dann… Ah, ja. Ich bin ja nicht los. Hallo? Ah, nein, doch, ich hab's für mich. Ja. Okay. Aber bleib im Discord, okay? Ja. Weil alleine fühle ich mich, ich, 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 alleine fühle ich mich nicht. Oder ich spiele auch RPG World, also ich spiele beides. Ja, warum das im Sport ist so geil. Hefur maður það fattu það, sko maður? Hefur, ich, 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 ich! Ich weiß, dass du es so nahm. Heu, weið sebertúr! Oberthúr Ich weiß nicht Ich weiß nicht Was ich mit meiner 250 3 machen darf Also ich hab noch nicht, aber du kannst Wenn ich meine Warte, ich geh mal in den Spiel, dass ich voll auf mich gefühlt bin Ich bin Ich bin So Bei Mad City ist jetzt so ein Dings So ein So ein Moji Das ist, was ich ganz schön Ich bin Ich bin Ich bin Worte Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh, das war's. Ja, das ist Es ist so, dass es so, dass es so, dass es so, dass es so. Die Lüge Die Lüge Ich habe den Lüge Ich bin einig. Ich bin einig. Hallo! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich soll jetzt mal ein anderes Spiel spielen. Ich könnte noch mal spielen. Halt. Es bleibt eins, dass wir nicht zusammenbeschütteln. Warte, ich mach's nochmal drauf. BAM! BAM! Was ist? Ja, das ist los. 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 So! Sehr schnell, schnell, schnell! So, den ich weiß und vor Data habe. Das ist immer zu slow! Das ist immer zu slow! Schnell, schnell! Schüss! In Ordnung! Der ist immer zu slow! Scheiße! Dann ist der! Dann ist die Wanne! Uiiiiiiiiiiii! Ich mag der Wanne! Ja! ja und 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 Das ist alles klar. Oh ja. Ja. Ja! Ich bin! Wir sind in den Elevator, jetzt! Wenn du einen Schritt nach dem Elevator kannst du einen Schritt nach dem Elevator werden wir in den Händen in den Händen und dann in den Händen und dann in den Händen Wir sind nicht hier zu messen, wir sind hier zu lösen Wir sind hier zu lösen gar nicht für diese Person wir sind wieder auf den Händen oder F87 Ihrer Unterhaltung jeびirau kur Merk mal. Ich bin nicht schön. Wie ist der Hummer im Block? Ja, warum ist der Hummer im Block? Komm wieder fort mal. Ja, komm. Ich bin nicht im Vorfeld. Wo denn? Äh, Ding. Minecraft. Okay. Und sonst? Ich hab eine Nachricht gekriegt. Warst du gerade Livestream? Ja. Nice. Äh, welchen Server? Hast du Hypixel Server? Äh, welchen Server? Hast du Hypixel Server? Ja, der Server heißt Hypixel Online. Oh nein. Ja, das heißt Hypixel Online. Ja, der Server heißt Hypixel Online. Und du kannst die User Online-Demo. Ja, guck mal. Na, ernst? Du musst auf mehr Spieler gehen und dann musst du bei den Sörern gucken. Ich sag mal, wie der Mikroft heißt. Ich sag mal, wie der Mikroft heißt. Ich schreibe einen Discord rein, der so heißt. Okay. Da kann ich dir halt eine Anfrage schicken. Oh ja. Ich schreibe doch einfach ein Discord im Chat, wie du heißt. Hä, wie du hast keinen Namen? So, melde dich dann an. Ja, da können wir zusammen spielen. Können wir vielleicht so ein Ding spielen? Ich bin, ich bin was ganz besonderes. Meine Mama hat mir immer gesagt, dass ich was ganz besonderes bin. Ja.